Mein Name ist Christian Neuner, Geschäftsführer von FlexElektro-Werkzeuge und ich freue mich, dass wir heute über Evolut sprechen können. Dankeschön. Schon seit vielen Jahren versuchen wir immer möglichst nah an unseren Kunden zu sein, dessen Bedürfnisse zu verstehen. In der Tradition gibt es Feldtests und Feldforschung, die als Methoden zur Verfügung stehen. Wir wollten aber mit neuen Technologien noch schneller und noch näher ran an den Kunden und dafür haben wir eine Lösung gesucht und deswegen sind wir mit Evolut zusammengekommen. Also bei uns sind es drei unterschiedliche Zielrichtungen, in denen wir mit Evolut arbeiten. Zum einen wollen wir direkt an den Endkunden, den Nutzer von unseren Werkzeugen und von ihm Feedback einholen über seine Bedürfnisse, über vielleicht Probleme, die er hat. Die zweite Zielgruppe sind dann unsere Handelspartner, die zum einen eigene Bedürfnisse haben, aber die zum anderen auch den Endkunden wiederum sehr gut kennen und dessen Bedürfnisse auch an uns weitertragen. Und die dritte Zielgruppe sind unsere eigenen Außendienste, die sowohl die Bedürfnisse des Handels und des Endkunden kennen und natürlich auch von der technischen Seite unsere eigenen Produkte kennen und auch immer nochmal Vorschläge und Ideen haben, die wir direkt und schnell ans Produktmanagement zurückfüttern wollen. Für uns war es auf jeden Fall hilfreich und wir werden es deswegen auch weiterverfolgen. Wir konnten sowohl einzelne Themen mit gezielten Kampagnen unterstützen, aber wir konnten auch Feedbacks und Inspirationen aus Einzelfeedbacks holen. Waren wir uns am Anfang auch nicht sicher, ob Handwerker dabei mitmachen, aber unsere Erfahrungen sind bislang gut. Und auch in Befragungen, die wir gemacht haben, haben wir sogar über die Antworten hinaus zusätzliches Feedback noch bekommen, dass die Handwerker auch gerne daran teilnehmen würden. Und auch in Zukunft haben sie uns aufgefordert, sie wieder für die nächste Befragung mit einzuladen. Ja, also wir haben festgestellt, dass Handwerker da gerne mitmachen. Man muss sie natürlich richtig einladen und man muss es richtig vorbereiten, sodass sie wissen, um was es geht und wie sie da betreut werden. Aber dann war unsere Erfahrung bislang positiv und das Interesse ist da, bei sowas auch mitzumachen. Also wir haben den Rekrutierungs-Service genutzt und wir waren sehr zufrieden. Wir hatten eine Kampagne, die von den Teilnehmern oder Pellenteilnehmern nicht leicht zu besetzen war. Und Evolute hat uns hier geholfen, die richtigen Teilnehmer zu finden, sowohl bezüglich der Qualität als auch der Quantität. Und das, muss man sagen, hat sehr gut geklappt. Derjenige, der eng an seinen Kunden dran sein will, hat mit Evolute wirklich ein Werkzeug, mit dem er dies machen kann. Er kann es in beide Richtungen steuern, er kann unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, er kann es schnell machen und in beide Richtungen auch die Interaktion suchen. Und ich glaube, dass das für alle, die nah am Kunden sein wollen, eine gute Geschichte ist.